Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Ein Werkzeugtipp für die Schrauberbude oder für die Bikewerkstatt oder die Familiengarage, je nachdem wie man es sehen möchte, bin ich immer so ein bisschen der Mensch, der die Hybridlösung sucht, dass auch mehrere Bereiche abgedeckt werden können und nicht nur einfach zu sagen, okay, ich habe nur ein Werkzeug für ein bisschen Bereich, als auch das passende Budget. Heute haben wir mal dabei die Werkzeuge, die ich seit mehreren Jahren nutze. Das ist einmal von Imbus-Schlüssel von Imbus und Torx von Torx. Finde ich es richtig cool und vor allem Transparenz dahinter. Es ist keine Kooperation, es ist selber gekauft alles. Es ist ein Werkzeug, was ich mir auch aktuell so nochmal geholt habe, weil ich es einfach nochmal gebraucht habe in der zweiten Ausführung, weil ich die erste Ausführung seit Jahren nutze und die immer noch völlig okay ist. Fangen wir mal ganz vorne an, um was geht es überhaupt. Es geht um zwei Werksätze, die haben jeweils acht Teile. Das ist so eine Größenordnung, wo richtig Sinn macht. Fangen wir hier an bei den Imbus-Schlüsseln, die so in der klassischen Bike-Schrauberbude wirklich das absolute Muss. Ich habe jetzt hier dabei die Größen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 und 8 und 10. Also alle Schlüsseln, metrisch, die ich in der Bike-Schrauberei definitiv brauche. Es ist eigentlich auch keiner dabei, wo ich sage, ich habe nie gebraucht. Die waren in der Bike-Schrauberbude immer von Nöten, um einfach auch Schrauben zu lösen. Und das Coole ist ja bei diesen Schlüsseln, ich habe einfach einen vernünftigen T-Griff. Ich habe auch mal genügend Kraft, um was anzuziehen oder zu lösen. Ich sehe es eher zum Lösen von Schrauben. Und halt, wenn ich wirklich lösen muss, ich kann wirklich aktiv rangehen und kann aktiv auch mal Schwersitzschrauben lösen. Und da kommen wir schon ein bisschen an den Punkt der Nachhaltigkeit. Ich sehe immer, Werkzeuge, für mich ist auch wichtig, ein Werkzeug muss auch über mehrere Jahre funktionieren. Also ich kaufe mir jetzt kein Werkzeug, nur weil es günstig ist und nach einem Jahr ist es durch. Die Werkzeugspitzen hier, kann man gerade mal hier sehen, blickt gerade nachher noch ein kleines Detailbild ein, sind jetzt wirklich seit Jahren im Einsatz. Und die haben ganz, ganz wenig bis gar keine Ablustungserscheinungen. Die machen wirklich einen coolen Job. Ist einfach auch wichtig, ihr macht euch keine Schrauben am Rad kaputt. Oder anderen Sachen. Weil, ist ja logisch, gehen wir gerade mal ans Bike zurück. Ein Satz Lager für ein Conway-Bike bei mir liegt bei 100 Euro mit Schrauben. Wenn ich einmal Schrauben kaputt machen würde, aufgrund von runden Werkzeugen oder rund gedrehten Werkzeugen, dann mache ich mir doch keine Freude damit. Deswegen, die haben eine super gute Werkzeugqualität an der Spitze, die auch über Jahre einfach schließlich funktionieren wird. Deswegen nutze ich sie einfach auch. Kann ich nur weitergeben, so wie ich es auch wirklich aktiv bisher genutzt habe. Alle Größen dabei, die ich brauche. Ich habe genügend Kraft drauf. Ich habe genügend Möglichkeiten, was zu lösen. Und dafür sehe ich sie auch. Nutze einfach auch immer wieder super gerne, um einfach auch irgendwas dann mal am Bike zu schrauben. Der kleine oder große Bruder davon, ist egal, sei es drum, ist der hier von Torx. Wirklich Torx von Torx. Coole Schraubendreher haben Größen, bei denen ich in der Balkschrauberbude nicht alle brauche. Wir haben jetzt hier ein 9er, ein 8er, ein 15er, ein 20er, ein 15er, ein 27er, ein 30er und ein 40er. Ich hätte mir gewünscht, hier unten vielleicht sogar ein 8er eher zu haben als ein 9er. Weil es oftmals doch kleine Schrauben gibt, die eher ein 8er haben noch als ein 9er. Aber gut, die haben wir auf ganz hohem Niveau. Hier sehe ich halt in der Balkschrauberei dann eher so den 10er, 15er, 20er, 25er Torx, den man wirklich aktiv aktuell braucht. Sei es ein Bremssattel von Magura, hat ein 25er zum Lösen. Anziehen auf Drehmoment sehe ich beide nicht, ganz klar. Aber halt einfach zu sagen, ich kann Schrauben vernünftig lösen und habe halt auch ein Werkzeug, was ich auch mit dreckigen Fingern oder mit öligen Fingern vernünftig greifen kann. Auch in den kleinen Größen habe ich halt das immer noch in der Hand. Und es rutscht einfach nicht durch, wenn ich mal dann einfach schmutzige Finger habe, was ja dann in der Schrauberei dann doch mal relativ häufig vorkommt. Deswegen nutze ich deswegen auch diesen T-Griff super, super gerne, obwohl ich Schraubendreher habe, die es auch könnten, aber halt die Kraft nicht so auf die Schraube drauf bringen. Auch hier Satz Nummer 2, den ich mittlerweile habe. Einen habe ich in der privaten Garage. Macht seinen Job, leihren ganz, ganz wenig aus, also haben einen super guten Verschleißfaktor. Und deswegen finde ich es auch für diesen Zweck das Werkzeug, wo ich mir aktuell holen würde. Apropos holen, wenn er auch sagt, finde ich es cool, würde ich mir auch mal gern so etwas gönnen können, dann unten in der Beschreibung sind natürlich auch beide verlinkt. Da könnt ihr es euch nochmal auschecken, ob ihr es euch da auch holen wollt. So gesagt, ich habe es seit vielen Jahren und es ist keine Cobra, sondern einfach nur, was ich davon wirklich halte. Und ich habe ihn Nummer 2 geholt, weil es einfach seinen Job macht, der funktioniert. Für die Backschrauberei finde ich halt auch genial, dass halt gerade diese Längen dieser Werkzeuge lang genug sind, um halt auch an Stellen ranzukommen, wo es wirklich mehr doof ist, also wo wirklich mehr kein Platz vernünftig ist. Oder wenn ich am Lenker was montieren muss und muss mal eine Schraube lösen, wo ich halt durch zwei andere Halterungen mit durchfriemeln muss, da langt die Länge wirklich überall problemlos und gescheit hin. Deswegen war es auch noch meine Wahl, dass ich es mir geholt habe. Übrigens, wie kam ich zu diesen Werkzeugen? Ich war lange auf Suche nach Vernünftigen im Bereich von Inbus eigentlich immer. Die Talks kamen später dazu. Und ich sah auf YouTube-Kanälen, auf anderen Kanälen, dass diese Werkzeuge im Einsatz sind in der Bikeschrauberei. Und ich dachte, cool, probiere es doch einfacher mal aus und hole sie dir. Und dann kannst du dir entscheiden, macht Sinn, macht keinen Sinn, weil halt auch das Thema preislicher Rahmen und Qualität für mich einfach wichtig ist. Wichtig ist, Qualität muss stimmen bei solchen Werkzeugen. Mit Budgetwerkzeugen, die vorne rund drehen, würde ich am Bike nicht schrauben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und auch der Qualität bei einem Fahrrad im E-Bike-Bereich zwischen 3.000 plus Euro sollte man in dem Fall nicht sparen. Wir sind aber hier noch relativ entspannt. Wir sind bei Markenwerkzeugen hier dabei pro Satz bei 40 Euro. Also das kann man sich gönnen, wenn man da sagt, okay, ich habe einfach Bock drauf, um einfach am Bike zu schrauben. Dann hole ich mir so einen Satz und ich habe pro Werkzeug Kosten von 5 Euro. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, das ist familienkompatibel. Weil der Familienvater, der sich eine Bike-Schraubude in der Garage einrichten möchte, der wird ja dann auch sagen, ich habe auch andere Pflichtungen, außer mir jetzt im Keller die Werkzeuge zu kaufen und deswegen auch der Cross-Over hinzubekommen, dass der Preis einfach dementsprechend auch stimmig ist, aber qualitätisch vorrangig. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich werde auch noch in folgendem Video folgen, dann eine Halterung für die French-Klid-Wand da hinten bauen, dass wir einfach auch mal die Werkzeuge aufräumen können, weil es ist einfach nur wichtig, dass man auch Ordnung hält in so einer Werkstatt und einfach auch weiß, wenn ein Schraubendreher oder ein Werkzeug fehlt, dass es fehlt, dass man auch gucken kann, wo habe ich es hingeschliffen. Kenne ich von mir selber, wenn die jetzt so liegen bleiben auf der Werkbank, werden die genutzt, werden irgendwo in der Ecke geräumt und aus 8 werden dann 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ich kenne es weiter, wie es läuft, werden immer weniger und irgendwann sind sie fort. Deswegen so eine Halterung an der French-Klid-Wand, die bei French-Klid ja aufgrund des Selbstbaufaktors nicht viel kostet, macht da schon für mich richtig Sinn, um einfach auch eine Ordnung zu halten. Deswegen, das werden wir auch in folgenden Videofolgen hier auf dem Kanal noch bauen, dass wir da auch ein klein bisschen noch die Ordnung dementsprechend dafür halten können. Soweit diese kleine Folge um das Thema Werkzeugtipp von mir, was ich mir aktuell holen würde und mit was ich eigentlich super zufrieden bin und mir auch wieder sofort morgen kaufen würde. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte damit euch ehrlich sein und deswegen bin ich da auch transparent genug, wenn es Kooperationsfolgen sind, das dementsprechend auch dann aktiv zu erwähnen. Soweit die Folge. Lasst ein Däubchen nach oben da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf das Riesig. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.